Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von irgendeinem random Spiel. Wir werden, was wir sehen. So, einfach mal auf Start und dann gehen wir jetzt da rein. So. Zeige und klicke. Jetzt haben alle einen Hut. Widerlich, nehmt euch ein Zimmer. Oh. Sie sind peinlich berührt. Oh, Knapp verpasst, schade. Er hat einfach angeschrien. Verrücktes Quadrat greift an. Oh. Die sind jetzt nicht so erfreut darüber. Er hat Angst. Kreisfürchtes Quadrate. Da war es der Ancel. Oh, Kreisen lächerlich. Er ist sauer. Okay, das ist nicht, nicht wichtig. Kreise hassen Quadrate. Wir haben Rassismus erfolgreich gemacht. Oh Gott. Kreise hassen Quadrate. Oh, Knapp verpasst, schade. Oh, Knapp verpasst, schade. Feinhaften Quadrate. Oh, Knapp verpasst, schade. Oh, Knapp verpasst, schade. Jeder hasst alle. Oh, schade. Ich war zu langsam. Alle hassen jeden. Ich glaube, da hat sich jemand vertan und das Ausrufezeichen sollte eine Eins sein. Was passiert hier? Äh, er hat eine Knarre. Habt Angst, seid wütend. Oh Gott. Er hat eine Schrotflinte. Oh mein Gott. Habt Angst, seid wütend. Es ist das so zu sein. das war das spiel hier noch mal nachtrag von mir die kanzlerin war vorbei und jetzt sitzen hier die zwei verliebten und haben hier überall aufgestellt die bilder und kerzen zum gedenken das hat ein turn genommen ich hoffe dieses video hat euch gefallen abonnieren kommentieren liken nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten video bei